Haben wir Juventus gegen Atletico Madrid, das dritte Spiel für beide. Das war's für heute. Ja, Juventus ist nur nicht so in Form, zweimal an 1 zu 1 bislang im Turnier. Atletico ist schon, aber noch ihr letztes Spiel dann gegen die Seniors. So, let's go party, bitte. Party Alarm! Nein! Den wollte ich eigentlich rausklären. Ich dachte nicht, dass der rutscht. Das war's für heute. 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 1 Das war's für heute. 1 4 2 3 4 Ups, es wird getrun. Oh, man. Oh, man. There will be a minimum of two minutes of having time. There will be a minimum of two minutes. There will be a minimum of two minutes of having time. There will be a minimum of two minutes of having time. Oh, man. There will be a minimum of two minutes of having time. There will be a minimum of two minutes of having time. There will be a minimum of two minutes of having time. There will be a minimum of two minutes of having time. There will be a minimum of two minutes of having time. There will be a minimum of two minutes of having time. There will be a minimum of two minutes of having time. ... und die Nummer 10, Fabio Marne, zu bewerben, die Nummer 11, Thomas Marne. Oh. 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 Junge führt zu Dank Ronaldo Ribéry. Hm. 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 Doppelwechsel hier Alter, wie kann der Altemann so schnell sein? Nein! Das war's für heute. So. 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 das gibt es ja nicht das gibt es ja echt nicht du machst machst du das club shows berg ist harmlos Es gibt einen Moment, dass es ein Minimum von zwei Minuten wird. Gehen wir uns hier, kurz heran. Da kann er klatschen. Hätte mich gewundert, wenn wir ein zweites Tor gesehen hätten. Na gut, Leute. Das war's für heute. Wir sehen uns dann... In zwei Wochen. Überlegte Woche. Ja. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Bye-bye. Ciao.